Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmierenlernen. Heute lernen wir ganz grob, wie so ein Programm überhaupt funktioniert. Das heißt, wie läuft sowas ab? Wie kann ich irgendwie bestimmen, wann was ausgeführt wird? Und die Reihenfolge ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der ganze Code wird nicht irgendwie gleichzeitig oder sowas ausgeführt, sondern es gibt Zeilen. Wenn ihr jetzt hier mal an der Seite guckt, ich habe jetzt ein paar Enter reingehauen, dann sehen wir hier Zeilennummern an der Seite. Die werden euch nicht immer angezeigt, aber ich würde euch empfehlen, sie wirklich immer einzublenden. Also bei manchen Editoren müsste ich hier noch irgendwas einstellen, dass die Dinge auch wirklich angezeigt werden. Aber es ist extrem wichtig, in welcher Zeile irgendwas steht. Wenn ich jetzt hier oben sage, ich möchte irgendwas ausgeben, das heißt so, dass es meinem Benutzer sichtbar gemacht wird. Wie das Ganze dann funktioniert, werden wir uns noch genauer damit beschäftigen. Wir werden jetzt hier einfach mal die Python-Syntax benutzen und schreiben Print. Und dann packen wir hier irgendwas rein, was ausgegeben wird, also irgendwas. Okay, so, und wenn ich jetzt danach sage, ich möchte vielleicht hier unten in Zeile 5 dieses irgendwas als, äh, irgendwas Cooles dastehen haben, dann ist die Reihenfolge extrem wichtig. Das Programm läuft nämlich von oben nach unten durch. Einfach strikt von oben nach unten. Print irgendwas, Print Cooles. Das heißt, zuerst kommt irgendwas und dann kommt Cooles. Achtung, da ist jetzt auch kein Leerzeichen zwischendrin, ähm, aber da werden wir uns dann auch damit befassen, wenn es um Strings geht. Keine Sorge. Okay, so, das heißt, wir wissen schon mal, die Reihenfolge ist verdammt wichtig. Und jetzt müssen wir sagen, okay, wenn ich jetzt das Ganze umdrehe und zum Beispiel dieses irgendwas hier unten reinpacke, dann steht hier Cooles irgendwas, was die Bedeutung schon so ein bisschen kaputt macht für unseren User und der weiß vielleicht nicht mehr, was wir meinen. Also je nachdem, was wir da so gerade machen wollten oder ihm sagen wollten. Das heißt, es macht schon einen deutlichen Unterschied, wie irgendwas aufgerufen wird. So, jetzt gibt es noch das Konzept der Variablen und da wird die Reihenfolge nochmal wichtiger. Ähm, was man bei Variablen macht, ist, man speichert irgendwas in ein bisschen Arbeitsspeicher von eurem PC. Das heißt, je mehr Variablen ihr habt, desto mehr Arbeitsspeicher braucht ihr. Das heißt, je mehr Variablen ihr habt, desto mehr Leistung muss euer Kunde, der das Programm dann am Ende ausführen soll, sprich, ähm, keine Ahnung, irgendwie benutzen möchte, der muss dann auch mehr RAM zur Verfügung stellen. Das habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen, wenn ihr ein Spiel oder sowas angeguckt habt im Laden, dann steht da, so und so viel RAM wird benötigt. Das liegt daran, dass die so und so viele Variablen haben. Wie viel RAM dann tatsächlich benötigt wird, pro Variable, das kann ich euch dann bei den einzelnen Typen sagen. Aber es gibt verschiedene Typen von Variablen, also primitive Variablen und, ähm, die haben alle unterschiedlichen Speicherverbrauch. Wenn ihr irgendwie effizient programmieren wollt, dann solltet ihr immer darauf achten, dass ihr möglichst kleine Typen, also so klein wie möglich verwendet, aber so groß wie halt nötig. Warum, werden wir uns auch noch angucken. Okay, so, jetzt sagen wir mal, wir haben eine Variable. Ich werde jetzt hier einfach wieder die Python-Syntax benutzen. Wir schreiben a gleich, keine Ahnung, 5 oder sowas. Haben wir das letzte Mal schon benutzt. Dann erstellen wir uns hiermit eine neue Variable namens a, also mit dem Namen a und setzen den Wert auf 5. Wir können auch einfach, wenn wir jetzt schauen, wie das Ganze, ähm, in Java aussieht, in Java sieht das Ganze so aus. Also nicht wundern, ähm, hin und wieder mal muss man vorne dran schreiben, was für ein Typ diese Variable hat. Und das werden wir auch im Folgenden immer benutzen. Ähm, warum wir die Schreibweise benutzen werden, ist einfach, dass wir sehen können, was wir gerade für einen Typenhand haben. Um Typen geht es aber in den nächsten paar Videos, da erkläre ich euch die einzelnen Typen von diesen Variablen. Jetzt schreiben wir einfach nur mal int vorne dran. Also wir schreiben den Typ der Variable vorne dran. Und dann Leerzeichen. Normalerweise muss da immer ein Leerzeichen, also eigentlich muss da immer ein Leerzeichen. Sonst weiß man nicht, wann der Typ aufhört und wann der Name der Variablen anfängt. Das hier ist der Name. Also das heißt, ich schreibe jetzt gerade mal hier, Name der Variablen hin. Äh, Variablen. So. Okay, warum muss ich das jetzt hier alles zusammenschreiben? Naja, Leerzeichen würde bedeuten, der Name ist zu Ende. Und wenn der Name zu Ende ist, dann muss ein Ist gleich kommen. Wenn ich jetzt hier also irgendwo ein Leerzeichen reinpacken würde, zum Beispiel so, dann würde mein Compiler, also der, der das Programm dann am Ende umwandelt, sodass es die Maschine auch versteht, ähm, würde denken, Okay, hier ist der Name zu Ende. Das heißt, danach muss der Wert kommen. Ja, aber hier ist kein Ist gleich. Naja, das ist ein bisschen doof. Also muss man den Namen immer als ein einziges, äh, ohne Leerzeichen getrenntes Dingen schreiben hier. Danach kommt ein Ist gleich und danach kommt der Wert. Hier kann eine 5 stehen. Hier kann aber auch zum Beispiel ein Buchstabe stehen, sowas. Ähm, ups. Äh, hier kann auch irgendwie mehrere Buchstaben stehen. Das kommt immer auf die, auf die Variable drauf an. Wie das Ganze nachher aussieht, werden wir uns noch genau angucken. So, ähm, und in Java am Ende ein Semikolon braucht man aber nicht immer. Wie gesagt, das hier vorne braucht man auch nicht immer. Manchmal steht hier auch einfach nur war oder sowas. Aber wir werden jetzt in Zukunft immer diese Schreibweise mit dem Typen verwenden. Okay, so, jetzt, was zur Hölle, äh, bedeutet das jetzt hier? Ich nehme mir ein bisschen Speicherplatz, nämlich, ähm, so viel Speicher, wie dieser Int-Datentyp verbraucht. Und da rein schreibe ich mir jetzt ein bisschen Information. Und zwar nenne ich die einfach für mich sozusagen, also nur in meinem Code. Das heißt nicht in eurem Speicher nachher Name der Variablen, sondern nur für euch in eurem Code. Name der Variablen, also hier, dieses Ding hier, ich werde es jetzt wieder A nennen. A ist jetzt der Name von unserer Variablen und dem weise ich jetzt diese Information 6 zu. Oder 5 oder 128 oder keine Ahnung was. Und diese Information hier, diese 5, die steht jetzt hier in A drin. Ich kann das Ganze auch so machen, ich lasse das hier weg und dann sage ich unten drunter, ich möchte jetzt, also das hier ist einfach nur, ich weise meinen Speicher zu und nenne diesen Speicherplatz A. Und jetzt gehe ich her und sage, in diesem Speicherplatz A möchte ich jetzt die Information reinschreiben, dass da 5 drin steht. So was in die Richtung zum Beispiel. Gut. Und das ist im Prinzip dasselbe, als würde ich jetzt hier oben direkt schreiben, A gleich 5. Das ist dasselbe. Jetzt kann ich diesen Speicherplatz hier referenzieren, nennt man das Ganze. Das heißt, ich kann immer wieder drauf zugreifen. Und ja, ich kann sozusagen sagen, okay, ich möchte jetzt auf meinen Speicherplatz mit der Information 5, die möchte ich jetzt einfach benutzen. Denkt an Mathe, da habt ihr auch X und Y und ihr könnt da Variablen, also es sind im Prinzip Variablen, die sich verändern können. Variabel bedeutet ja schon veränderbar. Das heißt, ich kann hier was anderes reinschreiben. Also zum Beispiel, ich kann jetzt hier reinschreiben, A gleich 10. Und dann ist mein A in diesem Code hier unten drunter 10. Aber in diesem Teil von meinem Code ist es 5. Also bis einschließlich hier ist es 5. Und hier überschreibe ich diesen Wert dann und schreibe 10 rein. So, das mag jetzt ein bisschen komisch sein. Warum sollte ich hier oben was anderes drin stehen haben wollen, als unten drunter? Na ja, vielleicht möchte ich ja oben mit irgendwas anderem rechnen und unten möchte ich dann mein Ergebnis da reinschreiben. Das heißt, ich berechne hier irgendwie ein Ergebnis. Was das bedeutet, werden wir auch noch klären. Und dieses Ergebnis möchte ich jetzt in A reinschreiben. Das macht dann natürlich viel mehr Sinn, als wenn ich jetzt hier einfach feste Werte reinschreiben würde. Aber ich kann natürlich hier oben auch irgendwie was ausgeben wollen und kann dann nachher sagen, okay, jetzt möchte ich was anderes ausgeben oder sowas. Gut, also das ist so das Grundkonzept von Variablen. Und ihr seht, jetzt macht es natürlich nochmal viel mehr Sinn, wenn man hier diesen Programmfluss von oben nach unten hat. Das heißt, es macht tatsächlich einen riesen Unterschied, ob ich jetzt hier drin, hier oben dieses, also sagen wir mal, wir wollen A ausgeben. Dann schreibt man das nicht einfach nur hier in diese Anführungsstriche rein. Sonst würde einfach nur ein Buchstabe namens A ausgegeben werden. Sondern ich schreibe einfach nur A rein. Und was ich jetzt habe, ist, ich möchte diesen Buchstaben A ausgeben. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt dieses A hier oben ausgebe, dann kommt plötzlich eine 5 raus. Jetzt müsste ich, wenn ich die Syntax einigermaßen einheitlich gestalten würde, müsste ich hier hinten dran auch ein Semikolon machen. Wie gesagt, das gehört zur Syntax. Das ist von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich. Und wir benutzen hier einfach einen Mix aus allen Programmiersprachen, sodass es einigermaßen passt, würde ich sagen. Okay. Und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Code ausführen würde, dann würde es von oben nach unten durchgehen. Sprich, ich habe hier in mein A5 reingeschrieben. Ich habe erstmal A definiert. Das ist das hier, also Int A. Ich habe gesagt, es gibt einen Speicher. Ich hätte gerne einen Speicher mit dem Typ Int. Und den nenne ich A. Und da schreibe ich 5 rein. Das ist dieser Teil hier hinten dran. Das sind eigentlich zwei Anweisungen in einem, wenn man so möchte. Okay. Und dann gebe ich das aus. Da kommt logischerweise dann 5 ausgegeben. Und dann sage ich, aha, ich möchte genau in diesen Speicherplatz, ich mache mir jetzt keinen neuen Speicherplatz, sonst würde ich hier wieder ein Int vorne dran schreiben müssen. Aber ich nehme jetzt einfach genau diesen Speicherplatz wieder und schreibe da 10 rein. Und wenn ich jetzt hier unten A ausgebe, dann wird 10 ausgegeben. Also 10 irgendwas und in dem Fall davor, in diesem Fall würde 5 irgendwas ausgegeben. Weil irgendwas wird ja jedes Mal ausgegeben. Das verändert sich ja nicht. Aber dieses A kann sich verändern. Das ist ja eine Variable. Okay. Das ist so das Grundkonzept von diesen ganzen Variablen und vom Programmfluss. Und ja, nächstes Mal geht es dann um die einzelnen Typen der Variablen. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, lasst ein Like da oder teilt das Ganze mit eurem Freund, die noch nicht programmieren können oder schon programmieren können, aber eine neue Sprache lernen wollen oder sowas. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.